Oh, mach dich in Ruhe! Ui, guck da. Geil, ne? So, einen krieg ich auch noch. Da-da-dum. So, einen krieg ich auch noch. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 hallo großer werden wir dann mal ein bisschen aus glaube ich, dass du dann immer da drin rumgurkst. Upsi Jo, ist ja gut. So, da, 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 da. So, das wollen. So, das ist gar nicht so einfach mit den Dingern da. So, da kann ich mir knapp weiter bleiben. So, da kann ich mir einfach ein bisschen Blecken machen. So, damit schöner als einfach so eine komplexe Frage zu dir. So, das geht so. Oh, das kommt. So, das geht so. 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 Vielen Dank. Das könnte gut ankommen. Das könnte gut ankommen. Das könnte gut ankommen. Ah, keine mehr Mist. Dann so dran. Gut, 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 gut. Oh, Holz nachgewachsen. Auch in mir. Erstmal Steine. Oh, dann nehmen wir das Holz und das Stroh gleich mit. Hier Strom mit. Bis zum nächsten Mal. Bum-bum-bum-bum Bum-bum-bum Bum-bum 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 Bum die bauen wir erst mal ich glaube wir machen dann zwei türen eine türe darauf und eine dahinten noch und dann hier bei mir das ist schade 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 wenn ich da eine wand drauf bauen kann dann ist das ok mein gott da kommt bei ganz schön viele auf den server hoffentlich kann ich da die band einsetzen cool perfekt perfekt leute und da ziehen wir die so runter ne so dahin dahin ich glaube hier an die ecke ziehen mal die oder doch hier hinten lang hier an dem hier an dem hangen so das ist glaube ich sinnvoller so aber jetzt hätte ich das natürlich gerne genauso toll so ja hätte ich mir doch zwei Wände machen sollen mhm wurscht das jetzt mit meinem fenster geht dann nur um zu gucken können wir hier wieder austauschen geht perfekt entschuldigung mal abreißen mit glück in wo in So, gut, ja. Nicht dunkel werden, ich sehe doch nichts mehr. Jetzt kriege ich wahrscheinlich keine Snap-Points mehr. Ja, das wird zu hoch sein, oder? So. Hm. Oh, und da hat man doch die Wände dicht da. Ja, zwei werde ich noch brauchen. Da, 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 da... ...steine runter. 12 mal Seelen! ein bisschen auszugehen naja wieder mal Oh, das reicht doch. Braucht man damit sicherlich noch? Ich frage, ob der da die Wand nimmt. Zwei oder so braucht man definitiv noch. Wo? Das war's für heute. Das sind drei, vier Wände, um mal zu schauen, wie die da aussehen. Ja, ich weiß, dass ich rühre. Ich weiß, dass ich rühre. Ah, wenn ich jetzt wüsste, mache ich vielleicht noch mal Resistenz. Ich mach noch mal Resistenz. Ah, ja. Gut, gut. Okay. Ich mach einfach mal die Wände an. Ach ja, die fliegen, oder? Man sieht das noch nicht, aber ich will, dass die Flugen fliegen würden. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020